Adobe hat auf ihrer jährlichen Kreativmesse Adobe Max wieder die neuen Versionen ihrer Creative Cloud Programme für 2021 vorgestellt. Welche neuen Sachen es in Photoshop Version 22 ab sofort gibt, erkläre ich dir ausführlich in diesem Video. Du kannst über die Timeline oder Videobeschreibung auch zu einer bestimmten neuen Funktion springen oder dir einfach alles anschauen, was es Neues gibt. Auf meinem YouTube Kanal findest du auch ausführliche Grundkurse zu allen Adobe Programmen und auch Videos zu den neuen Funktionen von Premiere Pro, Lightroom, Illustrator und Co. Über das Teilen und Bewerten des Videos freue ich mich auch immer sehr, dieses Video gibt es auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de slash photoshop2021. In der neuen Photoshop Version erhalten wir eine komplett neue Sammlung an Filtern, welche wir über das Filtermenü unter Neuronale Filter öffnen können. Hier können wir jetzt verschiedene Filter direkt auf der rechten Seite aktivieren. Hier sehen wir direkt die aktuellen Filter, aber über das Menü können wir auch auf experimentelle neue Filter zugreifen, welche wir dann einfach herunterladen und verwenden können. Diese werden in der nahen Zukunft bestimmt noch erweitert und verbessert. Doch was können wir jetzt mit den Filtern alles machen? Mit dem Skin Smoothing können wir Hautunreinheiten beispielsweise entfernen oder einfach mit dem Smart Portrait Mimiken im Bild anzeigen wie ein Lächeln oder können beispielsweise auch einfach das Alter ändern, womit eine Person jünger oder älter aussehen kann. Über die Einstellung haben wir dann noch mehr Möglichkeiten, wo wir alle Bearbeitungen auch zurücksetzen können und über den Regler diese auch immer für die einzelnen Effekte aktivieren oder deaktivieren können. Hier gibt es wirklich viele verschiedene coole neue Filter. Probier einfach mal die experimentellen Filter durch. Diese ganzen neuen Filtermöglichkeiten werden durch die KI von Adobe, Adobe Sensei, ermöglicht. Was jetzt noch ziemlich cool ist, dass man am unteren Rand auch immer zwischen dem Original und der Veränderung wechseln kann, sowie die Veränderung auf einer separaten Ebene dann speichern kann, damit das Original nicht bearbeitet wird. Diese neuen Filter sind mit Abstand meine neue Lieblingsfunktion bei diesem Update. Eine neue, schnelle Möglichkeit Hintergründe von Bildern zu verändern, bietet die Himmel-Austausch-Funktion. Diese können wir direkt im Menü unter Bearbeiten auswählen. Hier können wir dann im neuen Fenster ein Bild auswählen, welches wir als Hintergrund verwenden wollen. Hier erhalten wir auch schon ein paar Vorlagen von Adobe. Sieht es noch nicht perfekt aus, können wir auch reinzoomen und nur einen bestimmten Bereich des Himmels auswählen und verschieben. So kann man auch Wolken- oder Farbkonfigurationen präzisieren. Des Weiteren können wir dann das Ausgangsbild an den neuen Hintergrund farblich mit einem Klick anpassen. So können wir noch schneller eine Bildmanipulation erstellen. Schon seit letztem Jahr, wo die iPad-Version von Photoshop herausgekommen ist, gibt es Cloud-Dokumente, womit wir unsere Projektdateien direkt über unsere Creative Cloud speichern können, um sie im Startbereich auf all unseren Geräten direkt sehen und verwenden können. Diese Cloud-Dokumente können wir jetzt auch offline verwenden, indem wir sie über ihre drei Punkte für den Offline-Gebrauch herunterladen. Des Weiteren hast du jetzt auch einen Versionsverlauf bei den Cloud-Dokumenten, wo du auf ältere Speicherungen zugreifen kannst. Diese kannst du öffnen, wenn du das Dokument geöffnet hast und dann im Menü unter Datei auf den neuen Versionsverlaufpunkt klickst. Hier sehen wir dann alle Versionen und können eine auswählen, welche wir laden möchten. Wir können in Photoshop einfach Muster erstellen, wo wir jetzt eine Live-Ansicht unserer Veränderung bei der Bearbeitung sehen können. Wenn wir also bei der Muster-Erstellung etwas verändern, wie beispielsweise ein Element transformieren, dann sehen wir direkt die Veränderung auf dem kompletten Muster. So kannst du dein Muster noch intuitiver gestalten und direkt die Wirkung der Veränderung sehen. Klicke dafür einfach im Menü unter Ansicht auf Mustervorschau. Hier hast du dann in der Mitte im Kasten dein Muster, was du bearbeiten kannst. Drumherum siehst du dann das Ergebnis deines Musters in der Live-Vorschau. In der neuen Photoshop-Version erhalten wir auch ein neues Werkzeug beim Zeichenwerkzeug-Bereich. Hier haben wir jetzt das inhaltsbasierte Nachzeichnen-Werkzeug, womit du einfach einen Bereich zeichnen kannst, welcher dann inhaltsbasiert verändert wird. Wenn dir das Werkzeug nicht angezeigt wird, dann musst du es über die Einstellung unter Technologie-Vorschau aktivieren. Anschließend Photoshop neu starten und dann sollte es da sein. Bisher konnten wir in Photoshop schon Formen mit dem Formen- oder Pfarrtool erstellen, aber das war immer sehr mühselig und eingeschränkt. Jetzt erhält Photoshop einige Funktionen bei den Formen, welche wir beispielsweise schon aus Illustrator kennen. Erstmal haben wir das Dreieck als neue Form und wir können über die Punkte bei den Ecken der Form einfach diese abrunden. Generell können wir jetzt auch einfacher transformieren über seine Ränder und nachträglich immer einfach bearbeiten. In Photoshop findest du am oberen rechten Rand neben den Arbeitsbereichen auch über die Suche einen neuen Entdecken-Bereich. Hier kannst du direkt auf In-App-Lern-Inhalte, Schritt-für-Schritt-Tutorials und normale Suchfunktionen zugreifen, wie beispielsweise nach Werkzeugen oder Funktionen zu suchen. Auf der Startseite, welche wir auch über das Haus aufrufen können, finden wir auch direkt Vorstäge und können Kategorien durchstöbern. Wir können Smart-Objekte jetzt auch auf ihre ursprüngliche Version zurücksetzen, womit wir unsere Bearbeitung komplett wieder entfernen können. Das geht einfach über den Zurückpfeil im Eigenschaftsfenster, wenn wir das Smart-Objekt ausgewählt haben. Die Fenster, Pinsel, Farbfelder, Verläufe, Stile, Muster und Formen haben jetzt eine Suche erhalten, womit wir diese einfach nach einem bestimmten Element durchsuchen können. Das ist sehr praktisch, wenn du sehr viele Sachen in diesem Fenster hast. Photoshop hat ein paar Performance-Verbesserungen für Plugins gemacht, wodurch diese schneller sein sollen und es werden jetzt auch Plugins für Slack und Trello angeboten, womit die Kommunikation in Photoshop mit anderen noch besser funktioniert. Zu Slack und Trello habe ich auch schon ausführliche Tutorials auf meinem Kanal erstellt, check die gerne mal aus, falls dich das interessiert. Auch die Auswählen- und Maskieren-Funktion wurde verbessert, womit Haare und Fell über eine neue Schaltfläche feiner erkannt werden können und man kann jetzt auch benutzerdefinierte Voreinstellungen zu der Funktion einstellen. Auch die Kantenerkennung wurde durch Farb- und Objektbasierte Elemente verbessert. Das inhaltsbasierte Füllung kannst du jetzt auch direkt mit einem Rechtsklick auf eine Auswahl anwenden und musst es nicht mehr über die Flächenfüllung machen. Schließlich unterstützt Photoshop auch neue Kameramodelle und Objektive, welche genau, findest du über den Link in der Beschreibung heraus. Jetzt weißt du, was es alles Neues bei Photoshop gibt. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du dir direkt die Creative Cloud sichern und mit den neuen Funktionen durchstarten. Wenn du auch wissen willst, was es Neues in Illustrator, Lightroom, Premiere Pro und Co. gibt, dann schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Dieses Video gibt es auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de slash photoshop2021 und über das Bewerten und Teilen des Videos freue ich mich auch immer. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du dieses gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.